Halle 12 ist die Halle für alle Angler unter euch und es gibt auch ein Becken zum Ausprobieren, aber bevor ich euch zeige, wie das mit dem Angeln so funktioniert, habe ich gedacht, ich spreche mal mit Lars Priebel, den ihr vielleicht kennt als Gesicht der Boot 2013. Lars, zeig mal was du kannst. Tja, dann versuchen wir mal den Fisch zu fangen. Okay. Was ist das Besondere an der Boot für ein Angler? Ich finde es super, wir haben super Vorträge hier, da sind wirklich Experten vor Ort, die sich mit allem auskennen. Gerade läuft ein Vortrag über Echolote, hilft einem als Angler ungemein weiter, um sich selber zu verbessern, um wirklich auch mehr Fische zu fangen. Neuheiten werden hier präsentiert und deswegen bin ich jedes Jahr total gerne hier im Januar, um auch wirklich die Neuheiten der Saison sofort im Januar schon zu kennen. Das hier ist ein Drillsimulator, oder? Nicht nur ein Drillsimulator, sondern Europas größter, sodass man also wirklich Großfisch simulieren kann. Bonito, Thunfisch, Blumalin und so weiter. Dann probiere ich das jetzt mal aus. Fangen wir mal mit dem kleinen Fisch an. Ne, bei 200 Kilo machen wir jetzt. Schauen wir mal. Oh, das ist auf jeden Fall ein Thunfisch. Mindestens. Ein Hai. Wie man in der Anglerwelt sagt, Petri Heil. So.